Digital und Binnendifferenziert – das Potenzial digital gestufter Lernhilfen für den Biologieunterricht Herzlich willkommen im DB MOOC. Im Rahmen dieser Fortbildung möchte ich Sie als angehende oder praktizierende Lehrkraft dazu einladen, sich ausführlich mit den Themen Digitalisierung und Binnendifferenzierung im naturwissenschaftlichen Unterricht auseinanderzusetzen. Das vorliegende Einführungsvideo dient Ihnen zur Orientierung innerhalb der Fortbildung. Zunächst einmal möchte ich mich vorstellen. Hey, ich bin Frieda, 24 Jahre alt und studiere Lehramt im Master. Ich bin sehr engagiert in meinem Studium und möchte die wissenschaftlichen Erkenntnisse in meinem zukünftigen Biologieunterricht umsetzen. Allerdings frage ich mich manchmal, ob ich das gut hinbekomme. Besonders im Bereich der Digitalisierung und dem Umgang mit einer heterogenen Schülerschaft fehlt es mir an praktischer Erfahrung. Deswegen kommt diese Fortbildung wie gerufen und ich freue mich darauf, dass Sie mich in diesem Prozess begleiten. Was erwartet uns also nun? Erst einmal möchte ich Ihnen die Struktur der Fortbildung erläutern. Im Anschluss daran haben Sie die Gelegenheit, die Kursersteller innen und das zugrunde liegende Projekt in einem Begrüßungsvideo kennenzulernen. Nutzen Sie hier gerne die Gelegenheit, sich ebenfalls vorzustellen und an einer Selbstauskunft teilzunehmen. Zu guter Letzt gibt es noch einige optionale Veranstaltungen, an denen Sie zusätzlich zu dieser Selbstlern-Einheit teilnehmen können. Mehr dazu im Ausblick. Also, dann legen wir mal los. Hier sehen Sie die Modulübersicht der Fortbildung. Ich stelle Ihnen nun Schritt für Schritt vor, was Sie und mich im Basis- und im Aufbaumodul erwartet. Dieses Video und Lektion 1 dienen nur der Einführung. Die erste inhaltliche Lektion ist Lektion 2. Hier startet die Fortbildung mit den theoretischen Grundlagen. Sie können drei Lernvideos bearbeiten, die sich mit gestuften Lernhilfen und den Themen Heterogenität und Diklusion befassen. Außerdem bieten wir Ihnen in dieser und allen folgenden Lektionen PDFs zum Nachlesen und Link und Literaturtipps für die weitere Vertiefung. Jede Lektion endet mit einem Self-Assessment als kleine Lernkontrolle. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Eine Prüfung, echt jetzt. Aber ich will auf jeden Fall mein Zertifikat haben, deshalb nehme ich an diesen Self-Assessments teil. Die Fragen sind nicht schwer. Das Ziel ist vor allem eine Wiederholung und Festigung der Modulinhalte. Wie Sie sehen, ist jede Lektion ähnlich aufgebaut. In Lektion 3 Wirksamkeit ist ein Lernvideo zur Nutzungsweise und Lernwirksamkeit von gestuften Lernhilfen integriert. Sie können sich weiter in die Inhalte vertiefen und am Ende wartet wieder ein Self-Assessment auf Sie. In Lektion 4 geht's um die Gelingensbedingungen von gestuften Lernhilfen. Ich bin echt gespannt, wie eine gelungene Implementation in den eigenen Biologieunterricht ablaufen kann. Für die Teilnehmenden der Fortbildung wurde ein Leitfaden erstellt mit allen wichtigen Informationen zu gestuften Lernhilfen, den Sie sich gerne abspeichern können. Neben den Literaturempfehlungen wartet am Ende wieder eine Lernkontrolle. Lektion 5 geht einen Schritt weiter und zeigt Ihnen, wie Sie gestufte Lernhilfen auch im digitalen Raum nutzen können. Dafür gibt es zwei Videos, in denen gezeigt wird, gestufte Lernhilfen mit Hilfe von Moodle und H 5P oder mit QR-Lernhilfen einzusetzen. Keine Sorge, wenn Sie damit noch keine Erfahrungen haben, uns wird in Lektion 5 erklärt, wie es geht. Hier kommt nochmal die Modulübersicht. Sie haben also nun die theoretischen Grundlagen und wissen, wie man die einfachsten Implementationsmöglichkeiten umsetzt. Am Ende vom Basismodul sollen die Teilnehmenden sich ein Unterrichtsthema aussuchen und dann selbst eine Aufgabenstellung mit digitalen Lernhilfen erstellen. Die digitale Umsetzung passiert dann im Aufbaumodul. Je nachdem, ob Sie mit Ihrer Unterrichtseinheit die Lernenden in den Kompetenzbereichen Erkenntnisgewinnung, Kommunikation oder Bewerten fördern möchten, können Sie sich für die passende Lektion entscheiden. Wichtig für Sie! Sie müssen nicht alle drei Aufbaumodule besuchen, um das Teilnahmezertifikat zu erhalten. Ich würde vorschlagen, dass wir uns die Aufbaumodule mal im Detail ansehen. Jedes Aufbaumodul beginnt mit einem kleinen Einführungsvideo zum jeweiligen Kompetenzbereich. Im Anschluss bekommen alle teilnehmenden Beispielaufgaben präsentiert, die in dieser Lektion eine gelungene Unterrichtseinheit zum Themengebiet des Experimentierens mit digital gestuften Lernhilfen beinhalten. Wie angekündigt, finden innerhalb der Aufbaumodulen regelmäßig Online-Austauschformate mit den KurserstellerInnen statt. Ich bin gespannt, ob die Teilnehmenden hier ihre Ideen teilen und vielleicht sogar zusammenarbeiten. Zusammenarbeit ist generell erlaubt in dieser Fortbildung, also können Sie die digitale Anwendung auch gemeinsam mit Ihrem Kollegium durchführen. Am Ende freuen sich die KurserstellerInnen, wenn sie ihre Ergebnisse offen teilen, damit auch andere Lehrkräfte davon profitieren. Zuletzt muss noch erwähnt werden, dass auch die Aufbaumodule nur durch bestehende Self-Assessments vollständig abgeschlossen sind. Das Aufbaumodul zum Kompetenzbereich Kommunikation ist im Prinzip gleich aufgebaut. Neben dem Einführungsvideo ist eine Beispielaufgabe aus dem Themengebiet Genetik hier als Best-Practice-Beispiel in ein Video zur Gestaltung einer digitalen Unterrichtseinheit dargestellt. Wer noch weitere Anregungen braucht, kann in der Sammlung an Beispielaufgaben nachsehen. Im dritten Aufbaumodul geht's um den Kompetenzbereich Bewertung. Dazu gibt's ein Einführungsvideo und eine Übersicht zum WAGA-Modell. Das dritte Video beschäftigt sich mit digital gestuften Lernhilfen zur Unterstützung von Bewertungsprozessen anhand des WAGA-Modells. Die Beispielaufgaben zum Themengebiet der Bioethik helfen Ihnen dabei, den digitalen Gestaltungsprozess nachzuvollziehen. So, das war es zum Modulaufbau. Ich hoffe, Sie haben genauso viel Lust auf die nun bevorstehende Fortbildung bekommen wie ich. Bevor wir jetzt aber direkt loslegen, möchten sich wie versprochen die KurserstellerInnen kurz vorstellen. Film ab! Herzlich Willkommen zur Lehrkräftefortbildung Digital und Binnendifferenziert. Das Potenzial digital gestufter Lernhilfen für den Biologieunterricht. Bevor wir in die Welt des Biologieunterrichts eintauchen, möchten wir das der Fortbildung zugrunde liegende Projekt und uns kurz vorstellen. Diese Fortbildung ist Teil eines deutschlandweiten Projektes, welches durch die Europäische Union finanziert und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Der Kompetenzverbund Lern-Digital hat im Rahmen dieses Projektes Ziel, den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis für die digitale Transformation von Schule und Lehrkräfte Bildung zu gestalten. In verschiedenen Kompetenzzentren werden forschungsbasierte und fachlich fundierte Fort- und Weiterbildungen, Materialien sowie Konzepte für die Schul- und Unterrichtsentwicklung mit einer Kultur der Digitalität entwickelt. Die von uns konzipierte Fortbildung ist im Projekt Kamin verankert und legt den Schwerpunkt auf digital gestützten, heterogenitätssensiblen Biologieunterricht. Aber wer sind wir eigentlich? Rebecca Karpstein von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Ricarda Lohrsträter. Und Lea Gussen von der Universität zu Köln. Nicole Sperling und Margit Offermann von der Universität Bielefeld. Bei uns sind Sie genau richtig, wenn Sie Biologie-Lehrkraft sind oder sich auf dem Weg dahin befinden, Sie sich in die Themenfelder Digitalisierung und Inklusion im Biologieunterricht weiterbilden möchten und Sie lernen möchten, was digital gestufte Lernhilfen sind und wie Sie diese effektiv in Ihren Biologieunterricht integrieren können. Wir bieten Ihnen eine adaptive Fortbildung, in der Sie zeitlich flexibel Forschungsbasiertes Hintergrundwissen zu digital gestuften Lernhilfen erlangen Interessante Einblicke in die Studienlage zur Wirksamkeit gestufter Lernhilfen bekommen Einsicht in ausgewählte Beispiele zu diversen Unterrichtsthemen der Kompetenzbereiche bewerten Kommunikation und Erkenntnisgewinnung erhalten Die Anwendung von geeigneten und kostenfreien digitalen Tools präsentiert bekommen und digital gestufte Lernhilfen mit konkretem Bezug auf Ihren eigenen aktuellen Biologieunterricht erstellen und Feedback von Kolleginnen erhalten können. Das klingt spannend. Dann begleiten Sie uns gerne durch die nun folgenden Lektionen. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit dem DBiMOOC. Ja, das klingt echt spannend. Toll, die Menschen hinter der Kulisse kennenzulernen. Mich kennt ihr jetzt ja auch schon, aber über sie als Teilnehmende weiß ich noch gar nichts. Nutzen Sie im Anschluss an das Video das Forum, um sich auch den anderen Teilnehmenden vorzustellen. Apropos vorstellen, ich habe Ihnen noch gar nicht verraten, dass ich nicht alleine durch diese Fortbildung führe. Für die besonders interessanten Themen habe ich mir ExpertInnen hinzugeholt, die mir beim Verstehen der Inhalte zur Seite stehen. Die drei ExpertInnen möchten sich kurz vorstellen. Guten Tag, mein Name ist Ann-Kathrin Neumann. Ich bin Professorin der Biologiedidaktik und forsche zum Thema inklusive Bildung im Biologieunterricht. Hallo zusammen, mein Name ist Luis Meier. Ich unterrichte seit zehn Jahren an einem Gymnasium die Fächer Biologie, Chemie und Sport. Ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen die spannenden Möglichkeiten der digitalen Lehre zu erkunden. Hallo, mein Name ist Sarah Maluk. Ich bin Sonderpädagogin im Fach Biologie und arbeite seit 20 Jahren im gemeinsamen Lernen an einer inklusiven Gesamtschule. Gerne möchte ich Sie für die Bedürfnisse unserer heterogenen Schülerschaft sensibilisieren und von meinen Erfahrungen aus der Praxis berichten. Schön, dass Sie alle dabei sind. Frau Professorin Neumann, Sie hatten noch ein besonderes Anliegen? Dies ist korrekt. Die besagte Fortbildung ist Teil eines Forschungsprojektes, wie bereits dargelegt wurde. Nur durch hinreichende Beforschung der Fortbildung können die KurserstellerInnen die Inhalte weiter an ihre Bedürfnisse anpassen und den Fortbildungserfolg messen. Gemäß dem Angebot-Nutzungsmodell von Rzejak und Lepowski wird der Fortbildungserfolg hierbei auf den ersten drei Ebenen erfasst, der Zufriedenheit der Teilnehmenden, der Erweiterung des Wissens und der Motivation sowie der Weiterentwicklung des Lehrerhandelns und der Unterrichtsqualität. Als Wissenschaftlerin ist es mir ein Anliegen, Sie um Ihre Mithilfe zu bitten. Dazu ist lediglich eine Selbstauskunft vor und nach Besuch der Fortbildung erforderlich. Der sogenannte Prätest ist im Anschluss verlinkt. Ein Posttest findet sich im gewählten Aufbaumodul. Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit. Danke, Frau Professorin Neumann. Ich fasse jetzt nochmal die wichtigsten Punkte für Sie zusammen. Sobald Sie die erste Lektion durch das erfolgreiche Bestehen des Self-Assessments abgeschlossen haben, können Sie sich ein Zertifikat erstellen lassen. Das Zertifikat listet dann Ihre bestandenen Lektionen. Wir empfehlen Ihnen, das Basismodul komplett abzuschließen und eines der Aufbaumodule zu besuchen, um einen guten Überblick zum Fortbildungsthema zu erhalten. Vor Ausstellung des Zertifikats müssen Sie ebenfalls eine Evaluation des Kurses in Form eines kleinen Fragebogens durchführen. Kommen wir zum optionalen Bereich. Die Teilnahme an der Selbstauskunft ist freiwillig, genauso wie die Teilnahme an den angebotenen Online-Austauschformaten. Die Termine hierzu finden Sie anschließend innerhalb der Lektion angegeben. Diese können Sie sich bereits im Kalender notieren. Gerne können Sie die Materialien, die Sie im Rahmen der Fortbildung erstellen, über die Mundo-Plattform teilen. Schauen Sie sich das doch schon mal an. Ich verabschiede mich erstmal von Ihnen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. 1. Lektion